Na los. Wie redet Ulfbeck nochmal? Ja, ganz alt. Und so. Ist das nicht wie so eine alte Dominika? Ja. No, ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich hinkriege. Okay, ich stelle mich auf einen langen Stream ein. Das ist aber wirklich fies von dir. Ja. Dann hab dich nicht so. Versuch's wenigstens. Gut, probieren geht's nicht. Sag nicht, ich kann's nicht, sondern mach's einfach und wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht. Ich hab gesagt, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich sowas schaffe. Ich hab nicht gesagt, ich kann's nicht. Na, wenn du rausfinden willst, ob du's schaffst, dann mach's einfach. Ja gut, probieren geht's nicht. Wir werden studieren halt, ne? Der Kartenachstisch ist die Bräunungsinsel. Es ist heiß. Lass dich nicht von der Hitze ablenken. Es gibt hier eine Stätte des Bösen. Finde und zerstöre sie so schnell wie möglich. Äh, ich werde mich mal umschauen. Äh, überlass das mir. Äh, und wenn du dich verflucht fühlst, leg dich einfach hin und leg ein feuchtes Tuch auf deine Stirn. Puh, woher hat sie nur die Energie, dauerhaft so willerlich fröhlich zu sein? Hm, jemand ist, jemand ist da. Nein, ich hab ihn nicht vermisst. Genau, ich hab ihn vermisst. Nö, wer sollte das gemacht haben? Oh, das ist frech. Ich weiß. So, und... Hä, was sind das denn für welche? Hä, die kann ich von hinten nehmen. Und die kommen von hinten. Sie kommen von hinten. Ah. Ah. Mist. Piu. Oh Mann. So. Ah. In dem Moment solltest du mal noch, solltest du mal noch nicht springen. Ja, aber man weiß ja nicht vorher, wann sie schießen. Ja. Aber man kann ja abwarten, bis die geschossen haben. Döderweise, äh. Ja. So. Überall sind die Fratzen des Bösen verteilt. Binde und besiege sie. Oh, hier sagt gerade immer, ich sag gerade jemand, ich hab immer noch ein Profilbild. Ja, macht ja nix. Da macht man sich eins. Hm. Eine Mumie. Waa, waa, waa. Ach so, du musst das ja lesen. Üben. Üben, üben, üben. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Fluch. Ich würde ihn lieber nicht lesen. Wenn man unser Glück in letzter Zeit bedenkt. Oh Gott. Ich seh schon kommen, das fällt runter. Ja, bestimmt. Ja. Ja, das geht kaputt. Und das geht nicht mal... Oh Gott. Jetzt schaffen und... Da muss ich bestimmt irgendwie anders rüber dann. Also gehen wir erstmal da oben lang. Oh, da ist ja ein schönes Vieh. Hier schreibt noch jemand, hi. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. So, mit dem reiten wir mal zurück durch den Geisterwald. Du, 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 du. Du, 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 du. Aha. Einfach weiter hier. Und dann geht das schon. Genau, einfach die Arme Geister nicht beachten. Arme Geister? Oder die Gemeingeister, die dich immer angreifen, obwohl du gar nichts getan hast. Ja, genau. Ich habe denen ja nichts getan. Ich habe nur ihre Freunde, Vättern und alle anderen umgebracht. Kann ich das überspringen? Ja, das kann ich überspringen. Gut. So. Ach, diesmal mache ich jetzt nicht extra nochmal in Scuttletown ein Upgrade. Das muss auch so reichen. So. Na, den machen wir weg. Den machen wir alle weg. Ah. Ah. So. Äh. Passt. Gut. Sehr schön. Ähm. Ach, jetzt kommen ja wieder diese... Äh. Aua. Gut. So. Und... Klappt ja, klappt ja, klappt ja bisher. So, erstmal müssen wir noch da hoch. Ah. Ich kann die von hinten nehmen. Gut, gut. Oh, hier fragt halt jemand, wann hast du eigentlich vor, aufzuhören? Mit was? Ich denke mal mit dem Stream. Ja, keine Ahnung. Wann soll ich denn? Am besten sofort. Oh, zu hoch. Hier schreibt jemand nie... Hier schreibt jemand niemals. Niemals. Ah. Niemals werde ich mich ergeben. Huchi. Hm? Ich wette, dass Vieches... Nö, ist nicht böse. Na, oder nicht schlimm. Äh, wow. Wow, hier ist ein... Wie heißt das? Keine Ahnung. Geocache? Geocache? Geocache, glaube ich. Ja, ich glaube Geocache. Ja. In der winzigen Nachricht steht... Was für ein Fund. Bringe diese alte Mumie zur Tochter. Unterschrieben von... Sky's Vater. Und sie ist auf heute datiert. Was zur Hölle? Ja, du schreibst jemand mit dem Stream. Hä? Achso, mit dem Stream. Ja, also... Ja, mit dem Stream. Ja, ja, äh... Wenn man nur öffnen solltet, niemals. Naja, ich würde mal sagen, so viel länger will ich eigentlich schon gar nicht mehr machen. Hier schreibt dann jemand ansonsten Verbannung und Verrat. Ich habe ja an sich noch viel zu tun mit der Synchronisation von Ace Attorney und sowas. Und das ist mir wirklich ein sehr wichtiges... Aha. Hier kann ich was einstellen, aber ich weiß noch nicht was. Oder... Was am Ende rauskommen muss. Also Fisch, Fisch, Fisch ist nicht wichtig. Oh, ich glaube... Oh! Äh... Hey, Skirtwaren, was zur Hölle machst du hier? Mein Urlaub ist ruiniert. Ah, stimmt. Ich kam in der Hoffnung, in der Brandung relaxen zu können. Und den Wind in meinem Gesicht zu spüren mit gespielter Lustlosigkeit. Zuzuschauen wie die Strandhäschen einander mit Sonnenmilch eincremen, um sich von der brennenden Sonne zu schützen. Vor den UV-Strahlen. Okay. Aber ich wusste nicht, dass gerade jetzt Nebensaison ist. Die einzigen Sehenswürdigkeiten zu dieser Jahreszeit sind Rentner und Skorpione. Ich gebe auf. Wenn das so weitergeht, werde ich mir in der Nähe ein verschwenderisches Heim mit unglaublichen Quadratmeterzahlen und Kiesgarten kaufen. Was? Das werde ich nicht zulassen. Reiß dich zusammen. Da draußen wartet immer noch etwas Außergewinnliches auf dich. Etwas Klischeehaftes wie eine einsame Tintenfischdame. Ja, wie der guckt. Vielleicht hast du recht. Wenn schon, denn schon. Nimm diese Röntgenbrille. Ich werde sie wohl nicht brauchen. Ab sechs. Ja, sowas ab sechs ist. Mit ihr kannst du durch Dinge hindurchsehen. Aber ich meine, an einer Röntgenbrille und etwas hindurchsehen ist eigentlich jetzt nichts. Außer wenn man doppeldeutsch denkt. Das ist ja der. Warum wird der wohl eine Röntgenbrille mitgebracht haben? Ja. Hier, ich glaube die schreiben gerade, ich glaube die haben gerade so ein bisschen was aus König der Levin 2 von dem Lied, von einem Lied geschrieben. Hm? Ja, hier, Verbannung, Parat, nun wird der Seemaster da verraten halt. Hm? Oh, hier schreibt jemand, ich bin wieder zu spät. Naja, hallo erstmal. Hm? Oh, hier. Der Chef möchte diese Ruinen beseitigen lassen. Wenn das so weitergeht, werden meine Männer eine Ewigkeit brauchen. Unsere Vorfahren auf der Spuckinsel hatten es niemals so hart. Okay? Hm. Wir sollen also auf die Spuckinsel wahrscheinlich. Hier schreibt jemand, der Geocache wurde manipuliert. So, ähm, wo kann ich durch irgendwas hindurchsehen? Mal gucken. Vielleicht muss ich ja wirklich erstmal auf die... Oh, die schreiben hier wirklich gerade fast das komplette Lied. Oh Gott. Ich mag das Lied, ja, aber, äh, ja, das muss jetzt nicht... Ne, wieso? Lass sie doch, die können ja ruhig. Ja, genau. Ich finde das, wenn die dann so... Ah, nee, dann wird der Stream gesperrt wegen Copyright-Verletzung. Genau. Geh mal. Wir können dann nicht mehr weiter streamen, weil... Weil der Songtext im... In den Kommentaren ist. Oh, die schreiben jetzt immer noch weiter. Die wollen wohl, dass du aufhörst. Also ich nicht. Was? Nein, die wollen nicht, dass ich aufhöre. Die wollen einfach nur das Lied. Ja, aber ich weiß, dass wir die ganze Zeit... Die machen nur den Liedtext. Ja. Obwohl, es sieht doch keiner. Naja, halt. Außer dir und mir. Ja. Und dir halt wieder schreiben und mit streamen. Richtig. Hui. 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 Okay, dann erstmal ab zur Spuckinsel. Da. Und da sind Vorfahren von denen. Hm. Scheint so. Haben sie ja gerade gesagt. Bin ich ja mal gespannt, ob man da was findet. Ja, die schreiben den Text wirklich hier die ganze Zeit weiter. Ja, sollen sie halt. Können sie ja. Außer stört sich jemand dran. Ja, also mich stört's nicht. Außer, dass da halt nicht wirklich viel zu... Außer, dass ich das halt nicht vorlesen werde. Ja, naja, musst du ja nicht. Sollst du ja auch nicht. Also brauchst du nicht. Äh, was weiß ich denn. Das wäre dann, glaube ich, wirklich... Äh, naja. Wenn man das jetzt wirklich vorlesst. Obwohl, jeder kann das doch wohl sagen. Ja, jeder kann das auch singen, aber... Äh, hier sagt gerade Licht, äh, komm schon. Du musst mindestens bis zu der Stelle in Welt 3 spielen. Ich will, ich will, wie gesagt, deine Reaktion auf diese Stelle sehen. Ja, ja, ich weiß schon, was los ist. Ich meine, äh, der, der, der Oktole-Fisch, äh, der kommt ja nicht ohne Grund dahin. Nicht wahr? Ich will der Allerbeste sein, der keiner vor mir war. Jetzt fangen die mit Liedtexten da drin an. Äh, das kenne ich nicht. Oh Gott, das kennst du nicht? Welches Lied war das nochmal? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vielleicht kenne ich's ja doch. Oh. Oh. Warte mal, erst mal muss ich hier hoch. Häp, 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 häp. Aha, jetzt komm ich nämlich auch hier rüber. Aha. Okay. Ja, bestimmt, da musstest du wahrscheinlich, du musst wahrscheinlich jetzt erst auf diese Insel gehen, um dann dahin kommen zu können. Ja. Oh, das war fies. Oh, das war gemein. Na los. Mach deine Bobbel. Ja, geht doch. Oh, da ist ein. Ein Herzpfiff. Ein Herzpfiff. Fangen wir ihn. Ja. Und häp. Und häp. Na. Du bist weg. Und ich hab einen Pikenball erhalten. Pikenball zockere ich, zackere ich, zugefügt. Ja. So, geht doch. Jetzt fangen die wieder an, mein König der Löwen. Ja, sollen sie. Wie gesagt. Ja, genau. Wow. Ja. 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 Vielen Dank.